Moin Moin, willkommen zum siebten Türchen meines Adventskalenders. Wie seht, befinde ich mich heute mit der Essina in Gouverneursfall. Aber ich habe nicht vor, hier Eis essen zu gehen. Nein, ich möchte euch einen versteckten Stern zeigen. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so genau, wozu diese Sterne eigentlich gut sind. Ob das irgendwas bringt, wenn man mal alle Sterne zusammengesammelt hat oder ob es einfach nur ein nice to have ist. Welche Sterne ihr habt, könnt ihr euch übrigens hier in eurem Buch, in euren Sammlungen nachschauen. Und es gibt alle möglichen Sterne in den verschiedenen Regionen. Und ihr seht, ich habe noch nicht viele zusammengesammelt. Erst 37 von 111. Aber hier in Gouverneursfall gibt es Sterne, drei Stück. Und einer davon ist ein bisschen versteckt und den möchte ich euch zeigen. Mal schauen, ob ihr schon wusstet, wo dieser Stern zu finden ist. Und zwar müsst ihr dafür hier die Straße entlang laufen. Und da ganz hinten an der Ecke ist ein Büro, ein SSO-Büro. Hier. Das Star Stable Headquarter befindet sich hier mit der Hausnummer 31. Leider kann man nicht reingehen. Ich hätte selber gerne mal drin herumgestöbert. Um den Stern zu bekommen, müsst ihr hier auf die Sprecheinlage klicken und einen Code eingeben. Und der Code lautet 1 0 8 5. Warum auch immer, 1 0 8 5, man weiß es nicht. Und jetzt erscheint hier in der Gasse ein Stern. Da, da ist er. Das ist der versteckte Stern hier im Gouverneursfall. So schnell kann man ihn bekommen, wenn man nur den richtigen Code weiß. Tadaa, ich habe einen Stern gefunden. Wenn du wissen willst, wo hier in Gouverneursfall die zwei anderen Sterne sind. Stern Nummer 1 befindet sich hier in dem Mülleimer. Der befindet sich in einer kleinen Gasse direkt gegenüber von dem SSO Headquarter. Da ist der andere Stern und hier in dieser Gasse. Klickt einfach auf den Mülleimer und dann erhaltet ihr den Stern. Und der dritte Stern ist auf dem Dach von einem der vorbeifachenden Autos. Ich glaube es war ein grünes Auto. Ihr müsst also da einfach nur geschickt am Straßenrand stehen und klicken, wenn das Auto vorbeikommt. Und dann habt ihr alle drei Sterne hier in Gouverneursfall zusammengesammelt. Kanntet ihr denn schon das Versteck von dem geheimen Stern beim Starstelle Headquarter? Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit meinem kleinen Video weiterhelfen konnte. Irgendwann mal alle Sterne zusammen zu sammeln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann! Eure Leia! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.